ist das afrika das ist afrika ja nun stell dich ein land jetzt stimmt es ist nicht sich nicht so viele freundlich könnte zu viel sein das ist ja wahnsinn hier ernsthaft die hier um 20 mit 20 frames hier umdruckt dann hier ich hab auch nicht mehr ich hab nie mehr und der xp hatte ich 28 verdammte scheiße tja da kann ich alles haben na aber der sound geht um mich zumindest ist normal schrecklich das ist einfach unglaublich jetzt aber immerhin hörst du meinen sound nicht mehr mit boah ist die karte klein ey ist sie warte woer da wenn schon sogar die maus ruckelt ich glaub da nicht ein problem vor Echt Das ist ja der Wahnsinn Oh Eklig ist das In so einem Fall wünsche ich mir mein XP wieder Da war Vollgas hier Nicht so ein langsamer Scheiß Ja nicht die Herde hier Macht mal den Panzer da platt bitte Der soll sterben Macht den mal platt da Ne danke Lass mal stecken Oh mein V2 hat nachgeladen Könnte eigentlich doch mal schießen Ne finde ich nicht Ja Achso Sehr gut Ey geh weg Mein V2 habe ich auch noch Oh, was haben wir denn da? Na ja, an dieser Slow-Motion-Geschwindigkeit muss ich mich wohl jetzt dran gewöhlen. Aber hey, so habe ich mehr Zeit um die Strategien auszulösen. Du hast mehr Zeit zum Denken. Oh, jetzt lasst mal den Jeep Jeep sein. Äh, den Panzer Panzer sein, besser gesagt. Diesmal war es ja kein Jeep. Und fahrt wieder zurück. So. Ah, da ist er doch! Was hast du gegen meinen V2-Raketen? Der wollte mich ärgern. Jetzt ist er dran. So. Dann brauche ich das. Ah, wenn es nicht so viel ruckeln würde, wäre das doch. Was habe ich eigentlich für eine beschissene Basis hier? Ja, ich habe die Hände gesehen. Ja, ich habe die Hände gesehen. Ja, Herr. Ja, ich habe die Hände gesehen. Oh, du bist ganz ruhig. Vielleicht kann ich immer ein bisschen mehr Vollgas geben, weil Game Controls eine Stufe höher, so. Gibt da jetzt mehr Vollgas? Ich glaube schon, ne? Ich hoffe es mal. Gamespeed eine Stufe höher gemacht. Alter, wie der Panzer schießt, obwohl ich ihm das befehle. Aber das Problem kenne ich ja schon. Los, los! Boah, das ist doch nicht die Möglichkeit. Der traut sich nicht deinen Typen über. Ja, ne Panzerfaust. Was, wie keine Energy... Ach, das ist doch kacke hier. Keine Dingsbums mehr. So ein Fail hier schon wieder. Ach ja, ich weiß warum. Ja, egal. Ich verliere sowieso wieder. Ich kenn mich doch. Ich mach bestimmt direkt ne Scheiße. Die Scheiße beginnt jetzt ja schon. Perfekt, so wie ich nicht gehabt. Ja. Ja. Perfekt, perfekt. Na ja, irgendwie ist da nicht so wirklich mehr Vollgas reingegangen. Ja, irgendwie nicht. Klapp. Boah, das ist ja echt. Ey, wie hat man das Gefühl, es wird immer lange gemacht. Ja, jetzt braucht man größere Sachen und größere Sachen, dauern jetzt noch länger. Boah, das ist... Äh, Alter, setz mir das Gamespeed nochmal einen hoch, ey. Dann hab ich Maximo. Egal. Hau raus. Boah. Okay, Vollgas. Die Musik passt auch gerade dazu. Boah. Das ist trotzdem kein Vollgas. Boah, das ist ja schrecklich. Stichwort hier. Huuum. Hastest du jetzt endlich mal. Danke schön. Ich weiß gar nicht wie ich hier bauen soll, weil das alles hier so unglücklich gebaut ist. Also so ein unglücklicher Platz hier, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinkommen muss. weil es für irgendwo da recht oben ist, vielleicht? Weil deine Panzer da recht sind. Warum sammelt ihr Penner nicht? Los ihr Schweinebacken sammelt Na echt mal, hier gibt's schon wieder kein Geld dran, weil die Fissnelken nicht sammeln Dass man denen, auch wenn sie aus der Waffenfabrik rausfahren, erst mal befehlen muss, dass sie sammeln sollen Das ist doch irgendwie... ja, was soll man dazu sagen? Hab ich leider ein bisschen schreck gecheckt, dass wir das nicht tun Aha Ich mach hier schon wieder alles fallen, Ringe Ach, was Aber es geht doch ein bisschen schneller jetzt Naja, naja Doch Also... Die Sachen bauen doch schon schneller Okay, nehmen wir's mal so hin Haha Low motion Oh, es ist echt... Ist echt nicht zum Ausreiz mehr Nein, du sollst nicht da rumfahren Du sollst da rumfahren Gab schon Aufstehen Ach, dass man sich nicht mehr macht Aber es kommt schon Ab anfangen Entschuldigung Da sammelt was von dir Hörm Eheh Mö Ja, ich schraub Ja, ich schraub Hörm Schraub Aufstehen Eheh Schraub so los die Sammler sammelt y y Musik Ah, jetzt klappt das mit den Sammlern so langsam Eine fortlaufende Produktion Das ist viel geiler mit der Musikabwechslung jetzt Musik Elfian Fire Unit ready Construction complete Building So Weiter geht's im Text hier Hehehe Oh, das ist noch meine Panthe Ah, da ist noch einer gekommen So Was will das Miststück da unten Hehehe Scheiße Hast du was entdeckt Was dir nicht so gefällt Jaaaa So So Etwas So etwas Warum macht der Sammler nichts mehr Ich hab keinen Bock mehr auf dich 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 Ich hab mir gedacht, du würdest mich mit dem Sammler überfahren. Ah, wie sieht das aus? Oh, cool. Gefällt. Was gefällt dir? Ach, nix. Mir gefällt gar nix. Mir gefällt das Kraft-Deck. Das ist schon wieder irgendwas vor hier. Ja, ich hab da was Interessantes entdeckt in meiner Sammler. Äh, was baue ich gerade? Achso, das Ding. Ah, da wieder ein Schattenkneller. Klar doch. Klar doch. Kann ich ja gar nicht mehr spielen hier. Ne, hier gibt's auch nichts zu gucken, Alter. Ich wollte doch nur mal nachgucken, was du da so hast. Was ich hier hab, geht dir gar nichts an. Ah, das geht mir ne ganze Menge an, du. Das, ne? Ich baue nochmal so'n Ding. Was machen meine Sammler, tun ihre Arbeit? Ja, machen wir. Lass dich anwählen. Das ist auch ein Krampf, die Einheiten teilweise anzuwählen, ne? Ja, manchmal. Ich mein, manchmal wollen sie nicht so was. Ich hoffe, mein ganzes S geht raus. Wo ist eigentlich deine dämliche Tanja mittlerweile abgeblieben? Das würdest du wohl gerne wissen. Würdest du wohl gerne wissen. Soll bloß da bleiben, wo sie hergekommen ist. Ähm. Jo, her damit. So, und ich kann hier eigentlich so im Prinzip... Ne, noch nicht. Moment. Erstmal will ich das noch. Dann brauche ich noch so'n Ding. Baut schon wieder U-Boote-Dinger, ey. Scheiße, ey. Hörst du das, oder was? Nee, sehen. Aber ob du da durchkommst, ist ne andere Frage da unten. Hauen wir mal, ne? Bin ich, hab ich Pech. Aber ich brauche Geld und ich weiß, wie ich jetzt Geld kriege. Und weg. Das wird ein Technologiezentrum verkauft. Richtig, weg dem Scheiß. Richtig, weg dem Scheiß. Richtig, weg dem Scheiß. Ja, Sir. Affirmative. Verstärkung, okay. Ja, her damit. Affirmative. Genau. Wacht meinen. Wacht meinen Dings. Hä? Wo ist es denn? Achso, habe ich noch gar nicht Lust. Schick denn. Ah, okay. Gut. Nee, ist auf und zu. Kann auch eigentlich noch da sein. So. Erbau noch eins. Immer weiter bauen. Scheiße, ey. Ich glaube, du hast da irgendwas Blömes vor. Er baut U-Boote. Da kommst du niemals durch, da unten. Ready? 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 Wäre natürlich äußerst ärgerlich, aber... Ich brauche Geld vor allem, ne? Das ist, was ich brauche. Ey, ich habe schon so viele Säumte. Kommt trotzdem nicht rein. Woran liegt das? Das ist alles Zeitverlust hier. Gib mal Gas da. Ja, Herr. Das frage ich mich jetzt gerade. Was hast du damit vor? Willst du mich mit Tesla Troopern überrennen? Du würdest jetzt wohl gerne wissen, ne? Ja, Herr. Was ist das? Was ist das? Ich bin da. Bereit. Was ist das? Es geht doch einfach nicht, die nächste Einheiten zu wählen, ne? Oh, das ist doch... Scheiße. Oh, das hätte schon längst zu spiel sein können, ne? Weil es einfach nicht geht. Oh, weißt du, du klickst die Einheiten an? So hast du, ne? Geht nicht. Sind sie wieder die? Oh, ich hasse es. Weil es jetzt nicht so eine Slow-Motion ist wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ey, es ist echt. Da wird man voll nervös, weil jetzt... Deswegen ist es verloren. Ich geh ja gar so. Weil das muss ja nicht sein, nur weil er nicht reagiert, ne? Ich mein, komm. Jetzt probier. Jetzt probier doch sehr dasselbe. Warum fahrt ihr nicht, obwohl ich euch das befohlen habe? Gibt es da eine logische Erklärung für? Aber das machen Sammler nie, wenn man das will, ne? Der Mistdinger. So. Ich brauch noch mal so ein Ding. Ah, das muss erstmal reichen. Okay. Gut. Okay. Wär mal ein bisschen Geld zu. 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 Was macht ihr Sammler, das ihr so lange braucht? Du willst doch nicht im Erster jetzt ganz nach unten fahren, um zu sammeln. Meinst du das ernst? Ja, er meinte es offensichtlich ernst. Ah, diese... diese Sammler. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln, wenn es im Land war. Ja. So, gib den Scheiß her. So, dann brauch ich noch dich. Und nochmal dich. So. Ja, jetzt auf einmal kommt die Geld. No way. So. Hau ab. Du stehst im Weg, du blöder Techniker. Ich will da mich jetzt in Kraftwerk hinstellen. Ich will da jetzt in Kraftwerk hinstellen. Dankeschön. Schön, dass wir das auch mal geschafft haben. So. Das sollte ich vielleicht auch noch schaffen, ja ne? Ich werde vielleicht gar nicht mehr... Heute sind Machen. So. Machen die? Okay. Okay. Okay, okay. Geht's mit der nächsten Geldspur aus? So. Man habe mich erhört. Tonight. Oh. Constructions. Ja. Das höre ich auch hier. So. Geld. Dann bau ich später. Und den da. Oh, leg doch mal den Turbo ein. Was passiert hier? AAH! Fuck you! Ich will doch schon mal ein bisschen nerven. Geh weg mit deinen Schoppern da. Will die nicht. Zerio. Ja, deine verdammten Helis sind so scheiße schwarz. Aber... Aber dafür habe ich ja viel zurück. Aber da wirst du bestimmt entsprechend Lachs aufgestellt haben, schätze ich mal. MAH! Oh, gegen deinen Schopper schützt ich mich jetzt. Das geht ja gar nicht hier. Oh, leg doch mal den Turbo ein. Das gibt's doch nicht. Ich krieg kein Geld jetzt. Ein Sammler mit Nitrooster. Das wär doch mal was. Ich kann den Mammutpanzer nicht erholen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, da hin. So, dann baue ich mal so'n Ding. Aha, ich hab's endlich geschafft. Mal ein bisschen Geld reinzubringen. Die Beserve. Ja, das ist ja schon mal was. Jetzt kommt doch schon wieder der Chopper an. AAH! AAH! Meine U-Boot-Werft! Meine U-Boot-Werft! Meine U-Boot-Werft! Wie bist du denn geisteskrank, meine U-Boot-Werft hier kaputt zu machen? Ich finde das gut. Ich finde das gar nicht gut, ich finde das schon scheiße. Meine schöne U-Boot-Werft hier kaputt machen, ne? Ja, 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 ja. Das haben wir gerne, meine U-Boot-Werft hier zerstören. Sonst geht's dir aber noch gut, oder? Meine U-Boot-Werft hier zerstören wollen. Ich mag das, deine U-Boot-Werft zu zerstören. Die Mäuse. Ja, das ist... Öhöhöhö. Das war ja nichts Großes. Ja Sir, jetzt! Oh ja, kommt man ja überwirkend so richtig ran bei dir. Wie kann denn das Ding schießen ey? Bei weitem nicht so weit wie ein Kreuzer. Ja Sir, vermittelt. Ja Sir! Scheiße! Ich bin da nicht so recht ran. Vermittelt. Fuck. Das tut nichts. Na gut. Na gut, ich geb dich ja schon geschlagen. Wieso? Du kannst von da aus schießen oder nicht? Oder nicht? Na ja. Kann höchst, dass man auf Glück mag da irgendwo hinballern aber. Ja Sir! Ja! Ja! Taucht ab! Ihr sollt abtauchen! Dankeschön! Keine Ahnung ob ich da was vertroffen habe. Die ist nicht. Aber warum, warum spiele ich einiges mal weiter hier? Kompladı! 1-2-2-3 che handsphone. Keine Ahnung. Ja du würlegst mir. Eine gleicheMusr Study. Ich kann nur auf Zareneen nicht mehr durch das zuеру. Auf home zu müssen dürfen aber nichts. Wieso. Masse ist es nicht so liegt, wie ich also mach Appeine bet geliyor. Ey, du Assi. Was? Wolltest du nicht, dass deine Fabrik beschädigt wird? Fandst das nicht so gut? Ah, scheiße. So haben wir ja nicht gewettet, dein Freund. Nix da. Das ist hier nicht. Ich habe aber geglaubt, du kannst jetzt eine Werft bauen, ne? Hahaha. Ach, scheiße. Ich habe es verkackt, ey. Okay. Awesome. Now. Perfect. Tschüss, U-Boote. Das kann ich da noch nicht mal in der Meerwerft hinsetzen. Wo geht das nicht mehr? Vielleicht darf ich da nur U-Boote schicken. Oh Mann ey. Wäre jetzt eine Idee. Man kann es nie wissen, ne? Ja. 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 Und. Das ist ein Ohr. Das Benutzt passiert. Water. Wird prädi. Prostitution complete. Billige. Die 4 6 6 6 7 7 8 7 9 7 8 8 9 10 10 Construction complete. Loading. Construction complete. Awaiting orders. Yes, Sir. Oh, oh. Yes, Sir. We are playing for a restaurant. That's loose. Yes, Sir. No. Yes, Sir. No. Yes, Sir. 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 There is a very unstable situation on the ground that is unfolding very quickly. No. 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 Boah, Masken sterben hier. 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 Es ist eine sehr unstaatliche Situation auf dem ground, die sehr schnell aufbauen wird. Jetzt kommen die Schopper wieder. Oh. Oh. Yes, Sir. Oh. Oh, well. Oh, well. Oh, well. Oh, well. Oh. Oh, what? Oh. I missiles? Ahh. Oder. ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Ah! Ja, okay. Verkackt. Kannst vergessen. Kill me. Nein, ihr fahrt nicht da außen rum. Ja, ist von inwards. Ja, gay, schnapp. Dreh-duh. Sein Rips! Reise-duh. Ne, schnapp! So, jetzt! Ah, mein Mammut. Ah, scheiße, ey. Ah, kacke, ey. Ich hab da alles drauf gesetzt, dass du da unten nicht durchkommst mit deinem U-Boden, ey. Du hast die Karte bis jetzt schon getestet, ey. Ne, hab ich nicht. Hab ich wirklich nicht. Oh, Matsch. Los, fassi über. Oh, was ein Matsch. Ich weiß doch, dass du das gerne machst. Was ein Blutpark. Ja, die sind aber mutige Männer, dass sie sich in so viele Mammuts versuchen anzutreten. Ja, sit. Die glauben doch echt, die haben mit den Raketen eine Chance. Natürlich. Wo ist denn der Sammler jetzt schon hier? Ach, da unten. Ja, er kommt doch zu dir her. Er ist in Angriffenmodus. Du fahr doch nicht weg da oben längs. Fahr hier runter. Das weiß ich ja auch, aber meine Mammutpanzer brauchen den Befehl immer zweimal, musst du verstehen. Das ist immer so. Die brauchen den Befehl grundsätzlich doppelt. Ja, scheiße. Das mit den U-Booten hat mich zurückgeworfen wieder. Und da war ich blind. Ja. Na, du hast die Recht heute unterschätzt von den Dingern, ne? Na ja, wusste nicht, dass... Nur weil ich hab mir nicht gedacht, dass du tatsächlich da durchkommst. Warum hab ich auch keinen Hafen gebaut. Ja, ich passte da unten durch. Das ist zwar eng da unten, aber man passt da durch. Weil das da unten noch so ein Sandstück da ganz unten noch ist, ne? Ja, aber das mit den U-Boot passt durch. Oh, da ist es ja. Na ja, hab ich auch mal wieder ein Spiel gemacht, ne? Ja, gutes Spiel. Alles klar, dann machen wir die Aufnahme zu Ende.